Immer doch ein paar Sekunden Zeit, um zu zeigen, wer hinter einem Haus am meisten Bauern steckt. Mein Name ist Urs Wegmann und ich führe in der Nähe von Winterthouren Landwirtschaftsbetrieb mit Angestellten und Lehrlingen. Als Unternehmer und Landwirt bin ich mich gewohnt, selber mit anzupacken. Und mit 90 Jahren weiss ich, was es heisst, Verantwortung zu übernehmen. Die Landwirtschaft darf nicht immer noch abhängiger werden von Staatsgeldern. Die Ernährungssicherheit ist aktueller denn je. Wie jedes andere Unternehmen muss sich die Landwirtschaft am Markt anpassen können. Und das läuft im Moment komplett falsch. Wenn du findest, das sei doch jetzt ein sinnvoller Ansatz, dann schreib doch meinen Namen, Urs Wegmann, gerade zweimal auf deine Liste und gehe am 22. Oktober wählen, damit ich auch in Bernoberg um eins machen kann. Für das braucht es eben Bisse. Danke für deine Stimme. Danke für deine Stimme.